Ich habe so Angst, dass einer von rechts kommt und mich ausknockt, Alter. Von eurer Seite, oder weißt du? Ich will die ganze Zeit schon. Ich will die ganze Zeit hinterm Baum gehen hier. Oh, da hat einer runtergelockt. Wo? Der hat einen Einzelhelm, warte mal. Ich bin jetzt weg. Er ist genockt. Was geht da denn? Warte mal, der eine will ihn gerade wieder belehmen und dann dreh dich auf. Beide ausgenockt. Nee, die auch nicht. Mach ich auch nicht. Hast du einen Schar-Impfer, oder so? Ah nein. Da läuft gerade... Einen Kill habe ich. Seid ihr da hinten? Gar nicht. Ich weiß nicht, wo ihr da drauf verladet, ey. Warum auch davor steht? Ja. Ja. Guck mal, ein bisschen rechts von euch. Ich sag euch, hier von der selben Markierung wird bestimmt, welche Markierung wird auf einer. Abgehabt bei uns. Da läuft einer oben auf dem Berg, zwei Stück laufen da. Drei Stück, oh mein Gott. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Er bleibt stehen. Seht ihr nicht? Wo? Südösten? 165. Ja, Süden. Die kommen jetzt alle gerade rein. Ah, ok. Ja, ja. Ich bin perfekt in der Zone noch. Ich muss nicht auf den Baum gehen. Ich weiß nicht, dass ich kritisch wäre bei mir. Man down. Ausgenockt. Ich muss gerade hier einer an meinen Platz einnehmen, dann könnte ich noch ein bisschen weiter nach vorne. Einer pusht mich, einer pusht mich, einer pusht mich. Einer pusht mich, einer pusht mich. Ich sehe nicht. Ich muss mich zu zweit, muss mich zu zweit. Ich bin bis 1 vermaglich. Ich bin extrem angehittet. Ich muss kurz heilen. Stark, stark, sehr stark. Ich guck hinter uns. Einer kriegt da noch am Baum, einer kriegt da noch am Baum. Er ist tot, glaub ich, er ist tot. Er ist tot. Hinter uns, hinter uns. Oben aufm Berg, oben aufm Berg, ich sehe ihn. Ist tot. Seh nicht. Ich komme zu dir. Muss einer aufheben? Ich komme, ich komme, ich komme. Lepp du da, lepp du da. Gib uns Cover. Okay. Haben ihn ausgenockt gehabt. Sofort. Er war alleine. Hat zwar ein 3er-Helm gehabt, aber ich habe ihn weggeschrieben. Hier läuft einer, direkt neben uns. Schieß ihn, schieß ihn ab, wenn er quillt. Ausgenockt. Stark. Direkt hier links, links, links. Arbeiter. Nachbar. Schöner. Nachbar. Habe da irgendwas Schönes? Was? Schaut da irgendwas Schönes hier vorne? Ich habe mal kurz einen anderen zu gehen und die Freien reinhauen. Dann liegt ja gar keiner. Hier liegen alle da. Oh, da! Direkt bei mir am Baum, direkt bei mir am Baum! Habe wiederkoppusst, der Koppelkoppelstück. ist noch einer ja dieses kapitel maus spiel oder naja der schwatter ist beim flugzeug oder so hat er noch irgendwas ich kann dir was droppen wenn du willst hey ist egal jetzt überhaupt nur einen rotpunkt aber das reicht so lange in der zone reicht das aber ihr habt oben rechts eingeschossen eingeschossen war der instant tot oder war instant tot ja ich habe ihn mit dem hatch er in der zone drin muss ja irgendwo von links von links von links von links links da der baum am baum mehr höhe habe ich getroffen da ist die mp da ist das mp abgeschlaven meine freunde wie viel munition hattest du alter hundert digger hundert digger einfach durchgeballert ist halt fünft geht ist da sniper geht ist da